2000 Fläschchen. Verdammte Menge Fläschchen, Mann. 100 Dollar pro Stück. Die werden wir doch schnell genug an den Mann bringen. Was, alles für 50? Ist das Zeug gestreckt oder was? Was verkaufst du mir da? Nein, Mann, das ist das beste Produkt, das hier in der Stadt vertickt wurde, Mann. Also, was jetzt, hm? Ah, scheiß drauf, Mann. Gib mir zwei von den Dinger. Gib mir zwei. Ist doch verrückt. Ja, das war in der Tat verrückt. Aber ich machte Geld. Ich meine echtes Geld. Füll das Zeug schnell um, Mann. Umfüllen. Es war so, andere Dealer verkauften den Stoff zum Höchstpreis. Ich verkaufte es billiger, also verkaufte ich schneller. Ich verkaufte es so günstig, dass ich den anderen die Kunden wegnahm. Bei mir waren das sozusagen Großhandelspreise, wenn du verstehst, was ich meine. Hey, Lucky, willst du was trinken? Ich hab euch gesagt, ihr sollt mich nicht Lucky nennen. Schon gut, Lucky, was willst du trinken? Ich werd dir einen schönen Cocktail machen. Am Ende hab ich mehr Geld verdient. Und Lulu hat immer seinen Anteil bekommen, wenn er ihn wollte. Aber ich wollte nicht alles für mich behalten. Ich wollte nicht der Oberboss sein, hm? Ich wollte nicht, dass die Leute mich hassen. Ich hab andere beteiligt, klar? Und die anderen waren zufrieden. Alle haben anständig verdient. Ja, das Geschäft lief gut. Ja, das Geschäft lief gut. Du, das für mich da rein, ja? Echt cool. Hey, yo. Was machst du denn da, Mann? Komm, Fynn, guck dir keine Ärsche an, sondern zähl mit, damit wir hier rauskommen. Nachdem Sie an der Oberboss zu diesem Rufe beschäftigen. Schließe an der Oberboss tatversen. Schließe an die am flightischen, bis zur Nähe an die friendly Orte governments wirdocken. mich am Ratsch an, der Vorboss tätow cu problémäude,